Mahlzeit, hier ist der Leer Schattennaseweiß mit dem nächsten Was soll man trinken Video. Heute habe ich wieder einen Rockstar, Macher Juiced Energy und zwar in der Variante Machu Picchu. Tolles Rockspielen. Koffein, Guarana, Gin, Reng, B-Vitamine und Taurin, also alles Jute drin. Auch Zucker ist da drin. Und ich erwarte eigentlich, dass der mir schmecken wird, weil das wieder einer mit Wasser, äh nicht mit Wasser, sag ich schon mal. Na, Zutaten. Wasser, Zucker, Apfelsaft aus Apfelsaftkonzentrat 5%, Pfirsichmark aus Pfirsichmarkkonzentrat 3%, Kohlensäure, Sauersmittel, Zitronensäure, Verdickungsmittel, Pektin, Taurin, 0,2% natürliches Aroma, Säuregulator, Natrium, Citrat, Koffein, Glucoronolacton, Gorana-Extrakt, Ginseng-Aroma-Extrakt, Inosit und Ascorbinsäure als Antioxidationsmittel, also wieder Vitamin C. Okay, dann haben wir wieder eine leckere Nikotinsäure am Miet. Johannes Brotkernmehl als Stabilisator, Vitamin B6, Carotin als Farbstoff und Vitamin B12. Und das, was da gerade so viel Lärm macht, das ist mein Mittagessen. Beziehungsweise das Wasser, was ich aufgesetzt habe. Und dann hat die dann erhöhten Koffein-Gehalt, also wahrscheinlich wieder für schwammere, schnittende Kinder geeignet. Und jetzt gucken wir mal, ich mag Pfirsich. Schmeckt, riecht auch irgendwie ein bisschen in die Richtung. Von der Farbe her ein bisschen trüb. Oh ja, und ein ziemlich starkes Pfirsich-Aroma. Geschmack her, auch in Richtung Pfirsich. Durchaus trinkbar. Ich meine jetzt nichts. Nichts, wofür ich töten würde. Aber doch, es schmeckt nach Pfirsich. Ich finde das halt immer eine relativ fragwürdige Praxis. Ich meine, die geben an, insgesamt, hier, Koffein-haltiges Erfrischungsgetränk-Energybrink mit Pfirsich-Geschmack. Fruchtgehalt 8%. Und wenn man dann nicht weiterliest, dann denkt man halt, da wären 8% Pfirsich. Saft oder hier ist Mark drin. Ist es aber nicht. Von dem 8% Fruchtgehalt sind schon mal 5% Apfelsaft. Wahrscheinlich, weil Apfelsaft viel billiger ist als Pfirsich-Saft. Ich finde das immer ein bisschen schade. Oder auch irgendwie schade, dass sowas überhaupt erlaubt ist. Aber geschmacklich, einwandfrei. Es schmeckt, wonach es schmecken soll. Und er kriegt dann von mir dafür auch einen Daumen hoch. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, gerne auch wieder einen Daumen hoch oder einen Kommentar. Ich sage dann mal wie immer, danke fürs Zugucken und bis beim nächsten Mal.